Im Rahmen eines Kurzaufenthalts in der sogenannten Republik Österreich besuchte Kommissar Nikita Kruzov, Teil des Sowjet- und Erzegersdorfer Büros für Völkerverständlichungsproblematik, auch das Geschäftslokal einer Supermarktkette. Er zögerte! Ich wollte heute Joghurt kaufen gehen, doch die Auswahl war sehr unbequem. Tausend Sorten da, die ich noch niemals sah. Ja, ich wollte doch nur ein Joghurt, eines nur blöde. Diversifikation, ich dreh durch, ja, durchschreien. Ich will Planwirtschaft, ich brauch keine Tausendnahrung. Ich will Planwirtschaft, Tausendnahrung sind zu viel. Genau. Ich schau heimlich Österreich TV In Wirtschaftssendung sagt das Schöne Frau Der Nachttag bricht ein, das müsste doch nicht sein Bei uns gibt sowas nicht, wir haben Plan, ja, Plan Und halten uns daran, wir haben Plan, ja, Plan Daher, ich will Planwirtschaft Leser Fair ist voll zu bescheißen Ich will Planwirtschaft Selbstregulierung, ja, ja, ja Solidarität Solo Ich will Planwirtschaft Profitgeier ziehen, Kreise Ich will Planwirtschaft Roter Mut statt erster Welt Ich will Planwirtschaft Brettenwutz ist ein Betrugsfall Ich will Planwirtschaft Mein Name kein Sag, hau doch ab Ich will Planwirtschaft Adam Smith hat keine Ahnung Ich will Planwirtschaft Jahresplan inkombination Ich will Planwirtschaft Eigentum, das ist doch diebstahl Ich will Planwirtschaft Arbeitsklasse schrankenlos Ich will Planwirtschaft Das reicht Zukunft ume Ende Ich will Planwirtschaft Leninstrafe Markenwahl Schluss mit den Improvisationen Ich will Planwirtschaft Ich will Planwirtschaft Ich will Planwirtschaft Und das ist doch diebstahl